ladies and gentlemen ja ich habe ein bisschen gefahren und zwar emotionen emotionen habe ich gefahren ja wir haben ein bisschen geld münzen damit damit wir etwas kaufen können was wir vorhin nicht kaufen konnten vielen dank für den einkauf mein herr na los ok ich geh mir ich hasse das wort ich bin mir so viele sagen dass ich bin mir ich glaube ich bin mir jetzt bitte bitte ich kann das nicht leiden echt nicht so dann kaufen wir das mal 3000 oha ok gut so nun ok jetzt müssen wir alles zurück naja ich habe jetzt gegönnt müsste gut sein und jetzt gehen wir nach hause da wo wir wohnen alter nein pack komm er kann immer noch nicht so ja dankeschön vielen dank so jetzt reisen wir nach hause wichtige orte marodertempel ja jetzt müssen wir diese diese prothesen herstellen was wir im letzten part gefunden haben bin gespannt so gut sein ok wie heißt du eigentlich hast du einen namen brauchst du etwas ich brauche ja so prothesen herstellen ich hoffe dass da muss man nichts bezahlen sonst habe ich jetzt geschissen guck mal voll geil und flammen flammen ja ok shinobi prothese es scheint dass du dich gut an sie gewöhnt hast ja das ist für dich wir sind eine 1 geworden prothesen esoterik text ein buch voller geheimnisse über techniken für die shinobi prothese zum erlernen von fähigkeiten des prothesen stils und ein aus der fehler eines mannes der den pfad der shinobi verlassen hat seine akribischen forschungen jedoch nicht aufgeben konnte er hatte nie vor sie weiter zu gehen was ist das darin findest du die möglichkeiten deine feinde mit einem fangzahn zu beißen mit anderen worten kampftechniken für deine arm prothese ich verstehe ich dachte dass diese prothesen kampfkünste niemals wieder gebraucht würden aber es scheint dass ich mich geirrt habe also ja jetzt kann ich das auch verbessern aber wir brauchen was ist das f materialien erfunden nein erfahrung 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 was heißt er keine ahnung also was könnte ich verbessern wurfstern nicht verfügbar aber ich habe doch kunai jetzt 3000 habe ich doch gekauft komisch das ist feuerwerk aha das muss ich zuerst natürlich freischalten gibt es keine andere mehr woher das zum beispiel nicht verfügbar warum aber ich materialien nicht habe okay dann würde ich sagen was haben wir hier unbekanntes prothesen modul das kann ich auch nicht wurfstern scheißegal ich mache das jetzt mal machen wir mal auf okay verbessert gut was haben wir aha guck guck diese materialien man kriegt die ich selten aber ich glaube das kommt noch nach und nach genau so ok gut dankeschön egal was ich tue okay gut haben wir so und jetzt kann ich das mal rein machen geladene axt ich mache die mal da rein und ich würde sagen geist emblem kosten zwei und hier zum beispiel ich dachte das spiel ist abgestürzt oder für der geladenes feuerwerk shinobi hat das besser einfach ist das gelegt hat da muss man neu ach so komisch wieso ist das so langsam gerade ich habe irgendwie das gefühl ist es kleckt bisschen so flammen rohr ja gratuliere genau diese fähigkeiten muss ich euch auch noch zeigen die habe ich gekauft komisch gerade das hat irgendwie lange gedauert dass ihr gekauft kürbis samen habe ich nicht gut wir gehen weiter gut hatte und zwar jetzt haben wir noch ein paar fähigkeiten neu neue fähigkeiten haben wir das müssen wir mal anschauen fähigkeiten erwerben aha guck aha prothesen künste ok wie benutzt man die ist das gewährt die shinobi kampfkunst treibender schnitt diese shinobi kampfkunst ermöglicht nach nach dem einsatz bestimmter prothesen module einen sprint nach vorn mit einem schwertschnitt geeignete prothesen module geladener wurfstern feuerwerk mutter axt nicht ok was haben wir hier greifhaken angriff schleudere dich mit dem greifhaken auf einen feind und nutze den schwung für einen rollenden schwert angriff die shinobi prothese eignet sich perfekt um bewegungen mit angriffen ohne überflüssige bewegungen zu kombinieren das ist so geil endlich juhu cool endlich leute wir haben doch geweint wisst ihr noch bei dem bosskampf als ich mich gezogen habe und ich konnte ihn nicht angreifen guck da habe ich es jetzt okay gut hätte ich zuerst das andere gebiet machen soll ich glaube ich habe das schwierige gebiet zuerst angefangen egal also was haben wir hier gewährt die kampfkunst nach nach schwalben hieb was ist das ein drehender sprungangriff der die distanz zum feind schnell verringern oder vergrößern kann die technik stammt vom erschiener dienenden nacht schwalben klein sie verstärken den schlag durch das gewicht jedes großen wurfsterne die shinobi prothese ist ähnlich anwendbar nacht schwalben hieb aber guck dass da da dass das hier die sind fähigkeiten wo man einsetzt diese sind die hier wo ist das medizin gewährt die latente fähigkeit emas medizin intensität erhöht die heilwirkung von also ich habe sowieso wenig leben was bringt mir das erholungsobjekten diese technik hat immer vor langer zeit den bildhauer gelehrt sich an den geschmack zu erinnern verstärkt die wirkung leider verbessert das nicht den geschmack scheiß egal geschmack wow okay also die roten sind fähigkeiten wo man einsetzt leute vergisst das nicht und die anderen die blauen das sind so halt ja das sind halt zum beispiel beim kampf im kampf drin und so ne ich muss ich muss wieder mal fahren ich freue mich ja ja okay also wir müssen ein bisschen sparen gut dann würde ich sagen es geht weiter wir gehen jetzt weiter reisen aber diese kunai warte mal was ist damit eigentlich inventar ich habe doch kunai bekommen 3000 habe ich bezahlt wo ist das jetzt da materialien ist das wo benutze ich das aber das kommt vielleicht später okay okay machen wir weiter reisen die reisen nach weg zum anwesen genau da war das oder ja ich glaube ja oh gott wir kommen gut voran doch 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 ein paar bekannte von mir auch zuschauer und manche haben zum beispiel die minibus noch nicht gemacht die haben den anderen weg genommen ich rate euch allen alle bosse zu machen weil man wirklich gute sachen bekommt man kriegt gute materialien man kriegt keine ahnung sagen habe ich bekommen unglaublich aber ist so ja genau diese fähigkeit kann ich euch auch noch zeigen ich habe das mit fünf schuppen ich dachte ich fahre mir das bisschen offline diese schuppen von den fischen problem ist wirklich in zehn minuten konnte ich nur einen fisch töten und es hat fünf gekostet also fünf schuppen hat es gekostet hier das hier habe ich gekauft es verbraucht keine geistes emblemen geist emblemen oder wie das heißt so guck so ist das geil oder nein 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 okay oh man gleich mal testen übertreibt doch nicht übertreibt doch nicht junge 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 gut nein das geld das gute geld so wir müssen da sowieso hoch nicht das jetzt also ich kämpfen gegen alle ich weiß nicht komm zu mir die axt genau die axt habe ich auch noch nicht benutzt kann ich mal testen nicht bei dem boss der boss gegner hat aber was ist das denn kaum angefangen stress nicht wow okay wie man sieht leute so geht das die axt ist schon geil aber es verbraucht immer zwei geist embleme man so schön schöne sachen sind immer so teuer warum ist das immer so ich glaube warte mal bin ich richtig da wirklich ja ich bin richtig oder ich glaube ich glaube ich glaube wir sind richtig so soll es sein jetzt muss ich alle töten oder was ich bin nicht so ein mensch so einfach beginn vorwärts wenn also wenn das möglich nein er sieht mich nein hat er nicht gesehen hat er hat augen auf dem kopf also auf drauf meinst nicht von egal also ist er vorsichtig bist du vorsichtig habe ich gehört ist das so ist das so ok oha nein komm komm alter oha so oha gib ihm nein nein ich bin tot darf doch nicht wahr sein nee gegen einen normalen gegner ich glaube es einfach nicht was ist was los so mein gott wie kannst du mich töten oha 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 schnell töten fertig hätte ich schleichen müssen bisschen vielleicht ok komm 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 zwei gegen mich kein problem guck bei den gegnern brauchen wir die axt die axt keine ahnung nein wieso aha ist kaputt gib ihm Winter oha aky oha oh ja oha c goh oh nein du mit der stange was das hat zwei lieben stein ernst ja ach kann ich da rein nein die kummer wir neben ihm wartet weiß ist auch so was schon falsch okay jetzt kommen alle jetzt kommen sie alle ja schüschlan 100 meter was ist das was ist das wer bist du ok ein treffer ok kein problem wieso bin ich gestorben wieso verstehe ich nicht dass er so viel schaden gemacht hat jetzt ohne witz hola hola hey wie schnell er mich gesehen hat okay wir gehen mal so da lang unnötig gestorben aber voll ist wirklich so ich gehe weiter kann ich weiter gehen nein ich kann nicht um so runter die sehen mich jetzt wetten okay wir gehen mal damit wir mal vorwärts kommen ja ich weiß nicht wie man diese gegner tötet jetzt also blocken kann man sie nicht gut danke soo der stirbt nämlich guck 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 blinder wisst ihr was mich stresst an diesem spiel jetzt ohne scheiß ich will nicht meckern aber guck mal er greift nicht ich greife zuerst er greift er trifft mich zuerst wie geht das verstehe ich nicht verstehe ich nicht wie kann er mich dann zuerst treffen ohne witz ah küssern so also das verstehe ich echt nicht leute ohne witz ich glaube ich muss hier nicht fahren wie heißt das schleichen wir müssen schleichen hier weil ich weiß nicht wie man den tötet okay kein problem wo bist du da habe ich mehr zeit für ihn siehst du so geht das in ruhe wo bist du gut 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 so let's do it haha wer bist du woanders woanders okay hier Guck mal, guck mal, wie er ausweicht. Oha. Okay. Scheiße. Nein. Wie soll ich denn töten? Fuck. Keine Ahnung. Scheiße. Aha, sieht er mich? Kannst du springen? Er kann nicht springen. Nein. Eintreffer, gratuliere, wirklich. Du hast ihn einmal getroffen. Gratulation. Ja. Nichts. Ja. 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 sick dude nein fuck okay wie soll ich denn jetzt machen okay kannst du fliegen du blöd mann da ist es nicht das stresst mich jetzt keine ahnung oh nein ich muss ihn schaffen nein nein wir müssen alter keine chance Leute ich schaffe das nicht ich weiß nicht wie ich ausweichen ey wie soll ich da ausweichen oh nein nicht so wie der was aber blocken tut er auch noch weißt fuck ja auferstehen steh auf rock steh auf stresst mich nicht stresst mich nicht oh nein komm tot ja ich weiß nicht ich weiß nicht wie ich den äh ja wir müssen parieren glaube ich bei dem ja dann viel spaß unglaublich und ich dachte wir können ein bisschen das spiel genießen sick dude stresst mich jetzt wieder wie soll ich denn machen oh man wie sollen wir den machen jetzt nervige aber voll ich habe mich nichts zu tun hätte weiß naja genau flamme vielleicht warte mal wir haben doch flamme noch genau dann nehme ich äh genau warte mal flamme habe ich ja noch Naja, ok, mal gucken Ob das jetzt bei dem Penner was bringt Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen Ja, wie beim Ogre, jetzt haben wir wieder Bauchschmerzen, bis dieser Blödmann, bis wir den schaffen Guck, häng Ich drück hier Hätten sie das doch Bisschen früher machen können Anstatt hier Dieser Angriff Sieht gut aus, aber Man muss genau rechtzeitig das benutzen Weil Er braucht bisschen Oh nein, oh nein, oh nein Komm, komm alleine, komm alleine Komm, komm doch Ha, er kommt So, gib ihm Gib ihm gleich Junge, Junge, Junge Sogar normale Gegner Das sind epic Incredibles Oh, gegeben Nein, stirb Oha, okay, okay, okay So, komm Was ist denn? Hä, was ist denn? So, Sayonara Warte, ich muss überlegen Ich muss mal was überlegen Damit wir den Zuerst töten vielleicht Scheiße, Leute Ich habe auch keine Lust Wieso steht er auf auf einmal? Was ist das? Hallah Dreh dich um Komm Oha, er wartet Scheiße Wie? Aha Ja Wo ist der andere? Aha, er kommt Ruhe So Sehr schön Tschüss Ich springe Ertript Guck nochmal Okay, okay Ich komme zu dir Warte Ich komme gleich zu dir So Kann ich das benutzen? Ah, der macht doch schneller Ein bisschen Oh mein Gott Alle kommen Bestimmt, weil ich Ein Leben von ihm Weggenommen habe So Den Den muss ich zuerst töten Den da Ja Komm 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 doch Den machen wir zuerst Blöde Penner Komm An Sieg dir So Wo bist du? Nein, der andere Nicht du Oder bist du auch? Wie weit Kommt das überhaupt Zu weit Aha Okay Komm Komm doch Komm Gib ihm Alter Ich kotze Gleich Was ist das für Feuer? Kurz Ohala Aha Gib ihm So So Jetzt Gut Gut Also Er ist jetzt alleine Leute Also wenn ich ihn jetzt nicht schaffe Oh nein Ich habe nur noch drei Oha Wieso Ah das braucht drei Oh nein Fuck Okay kein Problem Scheiße Warte mal Was mache ich jetzt? Ich habe Angst Wir müssen den schaffen jetzt Keine Lust Fuck Weißt du was Komm Ich habe keine Ahnung wie ich es mache Ohne Witz jetzt Ich habe keine Ahnung wie ich den machen soll Blocken kannst du nicht Hat er Oha Okay Heil dich So Warten 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 Vielleicht schaffen wir es Ich glaube nicht Aber Äh So Heil dich Okay Und Einmal das Aber ich habe echt keine Ahnung Wie ich den Also ich glaube man muss parieren Aber ich bin scheiße Was das angeht Warte Warte Wir könnten es schaffen Alter Scheiße So kurz Ah nein Harte Mach Aha Ich habe keine Chance Leute Ich habe echt Keine Chance Gegen den Glaube ich einfach nicht Ich weiß nicht Wie ich Ja So mache ich das Ich weiß nicht Wie ich kämpfen muss Ich glaube es ist Also Tipp ist gestanden Ich weiß es nicht mehr Muss ich ehrlich Euch zugeben Ich kann nur hoffen Dass er sich umdreht Ja Anders Ja Weil dann Greife ich ihn an Und dann geht er Hoffentlich Guck hier so So Mehr Das ist scheiße Das ist schlecht Aber scheißegal Ich weiß nicht Wenn er diesen Angriff macht Wieso nicht machen Keine Lust Er zehnmal zu sterben Hier Komm Geh weg Er geht schon weg Ja 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 Wir schaffen das Ich kann doch einmal sterben Ja Wir haben es geschafft Komm Hadi 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 Dritt dich um Jo Jo Ladies and Gentlemen Gegeben Gebetsperle Oho Jetzt habe ich vier Nein Ja Wir haben jetzt vier Heilungen Ich glaube Was soll ich sagen Es ist wirklich So kann man auch spielen Wie man gesehen hat Es gibt Das Spiel ist sehr taktisch Habe ich Geld bekommen Naja Und die haben Die haben nichts gehört So Ey alter Ich habe schon Panik gehabt Leute Ich habe schon Panik gehabt Ich habe schon gedacht Wir schaffen das nicht Ey so schön ist das Mein Gott Ich hatte schon Angst Dass wir jetzt hier Nicht weiter kommen Gut gut Also Heil Ja ich muss Ich muss speichern Bitte Da ist nichts Oh Gott Oh Was ist das Nein Ist da nichts mehr Ich glaube nicht Wir können Da oben ist auch nichts Oder Wow Guck mal Wieso ich da hochkomme Bitte Komm Oh 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 Okay es geht nicht Komisch Geht das nicht Was ist das Unfähig So Mein Gott Und ist da was Nein Okay gut Ja Wow Geschafft Scheiße Aber Ohne Witz Würde ich Würde ich Gegen den 10 mal kämpfen Würde ich so kämpfen Weil ich habe Ich habe nicht kapiert Wie Ich muss parieren Aber ich habe keine Lust Zu sterben Jetzt So Gebetsperlen haben wir Das heißt Ja Erste Gebetskette Eine Kette voller Gebetsperlen Die einer Figur des Bildhauers geopfert wurden Erhöht die maximale Vitalität und Haltung Oh mein Gott Ein Rosenkranz aus Gebetsperlen stärkt die Staaten Die Grausamkeit von Ashinas Armee ist berüchtigt Und ihre Generäle gelten als besonders begnadete Anwender des Ashina Schwertstils Leute wissen wir was das interessante ist Okay wir bekommen mehr Leben Okay wir bekommen mehr Heilung Oder Gut Das ist klar Das lustige ist Die Gegner werden ja auch stärker Ist ja nicht so dass wir stark werden Und die Gegner bleiben gleich Weil in Dark Souls zum Beispiel ist das bisschen anders Irgendwie So Die normalen Gegner Man ist schon stark Irgendwann Aber hier Also wirklich die kämpfen richtig intensiv mit Das ist natürlich schön Aber Ja Also Körpermerkmale verbessert Maximale Vitalität und Haltung wurde erhöht Juhu Gut Boah Boah Vitalität 11 Also gratuliere wirklich So Ähm Hab ich genug Ja Tamam Gehen wir weiter Hab ich Ah ich kann ja verbessern Wie viele Punkte Ich hab nur einen Punkt Oh nein Ich muss wirklich fahren wieder Damit wir das alles voll haben Wäre schon schön Was ist das Äh Eins Was ist das Ähm Nach dem Einsatz Bestimmter Prothesenmodule Treibender Schnitt Spring nach vorn Und greife mit einem Schnitt an Kampfgrund ermöglicht Nach dem Einsatz Bestimmter Prothesenmodule Einen Sprint nach vorn Okay Hm Ne ne Ich tu mal bisschen Ich warte mal bisschen Weiter geht's Das sind Geiste Embleme Glaube ich Ne Oh nein Oha Komm Ah nein Ich hätte auch Ähm Da hochgehen können Okay Hätte ich jetzt ohne Ohne Stress Hätte ich die getötet Du bist so ein Neppe Was ist das Oh mein Gott Komm Alter Er schießt so schnell Das ist unglaublich Oh So Mann 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 Okay Also gehen wir mal da lang Ich hab die Fische getroffen Ich treffe Ich treffe Er trifft nicht Fisch Schwimmt weiter Was ist das Verstehe ich nicht Wurde ich da lang Gehen Komm Geh wir da lang Wenn ich jetzt hochkomme Er sieht mich nicht Oder Redet ihr Den muss ich zuerst Also mach schnell Geh vor So Oha 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 Was ist So Rasiert Gut Sehr schön Wir kommen gut voran Oh Was ist das Von Wer hat mich gesehen Da Er schießt von 100 Meter Was ist da Wie komme ich da hoch Oha Was ist das Nein Komm Oh Mann Ich sehe nichts Ich sehe nichts Guck guck Ich hätte Schleichen können Nein Ich will lieber Ich will lieber Alle küssen Und zwar von Überall So Rasiert Komm Komm mein Freund Komm Pass euch Oh mein Gott Gewinn So Juhu Ich geh weg Hilfe Du willst Nein Was Du willst Ah Mann Ah Mann Schnell Hey Du So Halleluja Endlich Mein Gott Was ist das Oh nein Was ist das Ist das ein Boss Nein Ich glaube nicht Oder Ich hoffe nicht Oha Oh nein Shit Warte mal Ich muss Diese blöde Asche Bringt eh nichts Stress mich Fernrohr Nachtschweilben Fernrohr Wir müssen gucken Ich habe Angst Ich habe Angst Ich muss Ja Ich muss Ach nee Ist du Boss Nein Ich glaube nicht Das Gebiet ist zu klein Ich glaube nicht Dass er sein Boss ist Ich hoffe nicht Ich habe mich Immer noch nicht erholt Von dem anderen Bitte Schauen wir mal da Zuerst Aha Oh Guck Was ist das Nein Nicht Da oben ist was Oh nein Er hat mich gesehen Fuck Wie komme ich da hoch Das ist sicher Was Das ist sicher Was Gutes Würde ich sagen Also man muss Wirklich alles Erkunden Man kann wirklich Vieles Verpassen Wo wichtig ist Auf jeden Fall Nehmen wir das Genau Wir sind schon tot Ja Oha Ja Was machen wir jetzt Ich greife ihn an Ich glaube ich werde ihn küssen Achso Gut Dass du mich gesehen hast Muss ich kämpfen mit dir Oder kann ich dich überraschen Ich versuche mal Aha Ach guck Da runter Und dann Wir müssen Da hoch Nein 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 Ah Scheiße Nein Ich will das nicht Warte 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 Ah Nein Okay Wie komme ich da hoch Gar nicht Nein Nein Hat die Oha Genau Die können Die können Schon mal zu mir kommen Mit dem Schild Ja komm Ja Wenn man die Axt nicht hat Oder den Axt Keine Ahnung Dann 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 hat man hier geschissen Kann ich euch schon mal sagen Bist du stark? Pfff Ja Es geht Ich hoffe Geh weg So Zuerst Seid ihr dran Ich kann euch doch nicht alleine lassen Nein So gut Okay So jetzt Gleich wird jemand sterben Oh mein Gott Oha Nein Nein Oha Oh Ich lebe noch Okay Okay Ich lebe noch No problem Homie Zu Alter Zu Ich war zu Euphorisch Wie komme ich hoch Oh man Ah da Okay So Tut mir leid Dass ich dich warten lasse Okay Wie komme ich jetzt dahin Von hier geht das Nein oder Nee Oh man Oh man Oh man Aber gut Erholung ist gut Ne Oh was ist das Was ist das Licht Ah ok Das müssen wir langsam machen Ich habe keine Lust Alles nochmal zu machen Habe ich genug Leben Ich hoffe Ok Kann man nicht blocken Wunsch Was ist das Wieso Trigger Ich Okay Okay Alter Nein Gebe Oh mein Gott Aha Aha Nein Ja Endlich Stirb du Shift Oh man 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 Fuck Wir haben es geschafft Juhu Cool oder Mega cool Wirklich Ich bin so erleichtert Gerade Ihr habt keine Ahnung Was ist hier Guck Oh Leute Halt Mach Schlimmach Nein Ey Willst du mich verarschen Oder was Wieso habe ich ihn nicht getroffen Jetzt Ohne Witz Jetzt Ich habe ihn doch getroffen Ja Das Das Problem Hatte ich Wirklich Aha Guck Er kommt wieder Okay Warte Ich hole das mal Den müssen wir Was ist los Kontaktmedizin Pulverartige Medizin Mit Giftwirkung Die Shinobi von Ashina Nutzen es seit Ewigkeiten Löst beim Verzehr Eine schwache Giftstatusanomalie aus Okay Gut Danke So Hast du mich schon gesehen Aha Kann man die kaputt machen Wow Bambus Fischi Wo bist du Oh nein Ich will jetzt nicht angeln Endlich Halleluja Halleluja Wirklich Halleluja Das ist so komisch Man trifft ihn Aber Man trifft ihn Irgendwie auch nicht Finde ich auch Nicht normal Aber ist wirklich so Ja Gut gut In diesem Part Sind wir glaube ich Nur einmal gestorben Oder so Wir schlagen Wir schlagen uns gut Würde ich sagen Also Ganz am Anfang Hab ich gedacht Scheiße Aber Jetzt wird es langsam Wie komme ich hoch Ich glaube Hier komme ich nicht hoch Ich mag Angeln mag ich einfach nicht Egal ob In den Spielen Oder Im echten Leben Mag ich das auch nicht Man braucht so viel Geduld Und Keine Lust Wirklich Bin ich schon ein paar Mal angeln gegangen Auch im echten Leben Nein Danke vielmal Das ist echt nicht meins Soll anscheinend entspannen Nicht mich Nicht mich Okay Wir haben Wart mal Ich habe jetzt Vitalität Aber nicht Samen Dann habe ich Vier Heilung Jetzt habe ich gar keine Oh Gott Aha Was kommt jetzt Aha Boss time Nein Die schon wieder Gott Panik Ja Ich glaube Leute Wir machen das Im nächsten Part Ja Ich denke Es ist Ist das ein Boss Keine Ahnung Wir machen das Im nächsten Part Ich hoffe Das Video hat euch gefallen Bis dann